Sie sind, sie haben ihn gewohnt, sie greifen ihn, er wird sich nicht. Dann fühlen sie ihn festgebunden, dort, in wo man sein Urteil sprich. Du ließest dich im Handel schlagen, dass du uns gleich und wirtlos bist. Wenn wir in unserem Schoen verzagen, dann mag es sein, Herr Jesus Christus. Amen.